Hallo zusammen, Matthias hier von Fotografieren Lernen. Heute habe ich ein kostenloses Video aus meinen Videokursen für dich. Einen kleinen Auszug zu meiner Weihnachtsaktion. Das ist heute der letzte Tag von der Aktion, zumindest mal was die Videos angeht. Denn reduziert ist in meinem Store immer noch alles 50% bis zum 27.12. Am 27.12. melde ich mich wieder zurück mit ganz normalen Videos, so wie du sie kennst. Und ja, dann geht es eben weiter und bis dahin ist noch alles 50% reduziert. Willkommen in der praktischen Lektion zum Thema Focus Recomposing. Wir haben heute mal ein etwas anderes Model. Heute steht der Hund vor der Kamera, ist etwas anspruchsvoller zu fotografieren, manchmal etwas desinteressiert, aber ich zeige euch mal, wie die Focus Recomposing Methode funktioniert. Hierfür stellen wir die Kamera so ein, dass nur der mittlere Autofokuspunkt aktiv ist. Der mittlere deshalb, weil er in der Mitte eben ist und schnell in alle Richtungen erreichbar. Das ist halt der zentralste Punkt. Und außerdem ist er gerade in schlechten Lichtsituationen auch der stärkste. Hier können wir wirklich immer gezielt fokussieren. Punkte, die eher am Rand sind, haben es da vielleicht ein klein bisschen schwieriger. Ich habe mit dem mittleren Autofokuspunkt immer gute Erfahrungen gemacht. Dann stellen wir die Kamera auf den One-Shot oder beziehungsweise AF-S für Standard, dass uns der Fokuspunkt nicht mehr verloren geht. Jetzt kommen wir dazu, dass wir auf das Auge vom Modell fokussieren. Das Auge ist immer das Wichtigste an einer Person, beziehungsweise auch an einem Tier. Hier, das muss immer scharf sein. Wenn ein Auge unscharf ist, dann wirkt das Bild immer ein bisschen eigenartig. Und deswegen ist das unser Fokuspunkt. Und anschließend, wenn das Bild auf dem Auge scharf ist, drehen wir die Kamera so, wie wir sie im Bildschnitt möchten. Das klingt im ersten Moment vielleicht etwas unverständlich und viele haben ein Problem, das dann zu verstehen und auch umzusetzen. Doch ich zeige euch das mal und dann werdet ihr sehr schnell verstehen und kapieren, was ich damit meine und wie einfach es ist, mit ein bisschen Übung so geniale Bilder zu machen. So, ihr seht jetzt ein Bild eingeblendet, auch den Punkt, also den Autofokuspunkt. Und ihr seht schon, der Autofokuspunkt ist komplett im Unscharfen. Ich habe ihn in der sehr offen Blende fotografiert, damit ich das auch demonstrieren kann. Und die Kamera ist in dem Moment hergegangen und hat den Fokuspunkt vom Auge genommen. Und wir haben dann das Bild an sich recomposed, also verschoben. Erst Fokus, dann Recomposing. Deswegen heißt die Technik Fokus Recomposing. Und der Bereich vom Auge, dadurch, dass der Abstand gleich bleibt, der bleibt immer noch scharf. Wir müssen hier aufpassen, es ist teilweise eine Technik, die gerade wenn man offenblendig fotografiert, fehleranfällig ist für Anfänger. Wir dürfen in dem Moment nicht zoomen, wir dürfen in dem Moment uns nicht zu stark bewegen, weil wir eben nur so einen kleinen Schärfebereich haben und aufpassen müssen, dass wir die Kamera wirklich nur leicht schwenken und drehen, ohne sie wirklich so zu bewegen. Mit einem kleinen bisschen Übung ist das eine richtig geniale Technik. Und so werdet ihr supergeil scharfe Bilder machen, ohne lange an irgendeinem Autofokuspunkt zu suchen und zu überlegen, da muss er hin, hier muss er hin. Die Kamera hat ihn automatisch falsch gesetzt. Muss man immer ein bisschen schauen. Mit dem Punkt in der Mitte und dem One-Shot-Modus im Fokus Recomposing habt ihr eigentlich die einfachste und beste Technik, scharfe Porträts, scharfe Makroaufnahmen, scharfe Tieraufnahmen zu fotografieren. Und der ist genau wie all meine anderen Kurse 50% reduziert. Ich habe das hier in letzter Zeit relativ oft gesagt, doch ja, die Aktion ist ja heute vorbei. Zumindest mal die Videos zu der Aktion sind heute vorbei. Morgen ist der 24. Da ist Weihnachten. Ich werde die Zeit mit der Familie nutzen und ihr solltet das vielleicht auch tun. Oder ihr schaut vorbei auf videokurs.eu und sichert euch den Kurs 50% reduziert. Ich wünsche euch frohe Weihnachten, viel Spaß beim Lernen. Nutzt die Gelegenheit, wenn ihr vielleicht zu Weihnachten eine neue Kamera bekommen habt und wir sehen uns am 27. mit dem ersten regulären Video einfach wieder.